Politiker-Legende Wolfgang Schäuble von der CDU ist verstorben, gestern Abend mit 81 Jahren. Wir machen einen Rückblick und an dieser Stelle erstmal mein herzliches Beileid an die Hinterbliebenen und möge seine Seele Ruhe finden. Das muss man an der Stelle ganz klar sagen. Wir sehen das hier, das läuft gerade aktuell hier am Mittwoch, haben wir Mittwochmorgen in den News. Hier Politik oder Bild exklusiv Politik-Legende Wolfgang Schäuble mit 81 Jahren verstorben. Man muss sich das mal vorstellen, der Mann saß ca. 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert im Bundestag. Meiner persönlichen Meinung nach absolut fehl am Platz, dass ein Politiker, unabhängig ob er es ist oder jemand anderes, so lange im Bundestag sitzen kann. Denn wenn man so lange im Bundestag sitzt, weiß man nicht, wie das Beleben der normalen Bevölkerung aussieht mit einem aktuellen Salär von 10.500, hau mich blau, irgendwas Euro, plus auch noch über 4.000 Euro steuerfreie Aufwandspauschale und zahlreiche anderen Vorteile, die man in dieser Position genießt, ist das einfach nur Schwachsinn. Meine ganz klare Meinung dazu, zwei Legislaturperioden im absoluten Maximum und das war es. Und auch die nicht aufeinander folgend, sondern dazwischen muss eine Pause von mindestens einer Legislaturperiode sein, damit man wieder zurück auf den Boden der Tatsachen kommt. In dieser Zeit sollte man ebenfalls auch nicht in irgendwelchen Versorgungsposten oder Ähnliches geparkt werden, wie wir das erkennen. Wenn wir uns das Ganze in der Nachricht hier angucken, heißt es nämlich, CDU-Politiker, der mehr als 50 Jahre lang im Bundestag saß, hinterlässt Frau Ingeborg sowie vier Kinder und vier Enkelkinder. Wie gesagt, mein herzliches Beileid an die Hinterbliebenen. Sowas ist immer ganz, ganz traurig. Aber hier, wenn wir uns das Ganze angucken, was hat ihn denn geprägt? Und was hat denn Herrn Schäuble denn eigentlich auch ausgemacht? Hier zum Beispiel die Wiedervereignung. Sie trägt maßgeblich die Handschrift von Wolfgang Schäuble, wie es hier heißt. Ein großer, großer Schicksalsschlag war hier psychisch kranker Schloss bei einem Wahlkampfauftritt in Oppenau in Baden-Württemberg auf den Politiker. Seitdem war Schäuble gelähmt, musste im Rollstuhl sitzen. Das ist wirklich schon absoluter Wahnsinn, was damals passiert ist. Aber wir müssen natürlich eine Betrachtung machen, was hat er über die letzten Jahre gesagt und inwiefern hat er sich denn da auch speziell verhalten? Weil das darf man meiner Meinung nach auch bei so einer Trauersituation nicht vergessen. So, und dann sehen wir jetzt hier zum Beispiel von gerade mal Oktober letzten Jahres. Das spricht, das ist ein gutes Jahr her. Und das kann ich nicht vergessen, muss ich ganz wirklich sagen, bezüglich der Situation, ob die Gasvorräte in Deutschland denn ausreichen. Zitat, Schäuble des Wintertipps. Dann zieht man halt einen Pullover an. Darüber muss man nicht jammern. Tja Leute, was will man dazu großartig sagen, wenn aus diesem Elfenbeinturm, wie es so schön heißt, die Politiker schön rausposaunen, dass man doch einen Pullover oder eben auch, wie es ja hier heißt, dann zieht man halt einen Pullover an oder vielleicht noch einen zweiten Pullover. Darüber muss man nicht jammern, sondern muss erkennen, vieles ist nicht selbstverständlich. Selbstverständlich, wenn man sowas gesagt bekommt von oben herab, wie ich das persönlich empfinde, für jemanden, der 50 Jahre und länger auf Steuerzahlerkosten gelebt und gearbeitet hat, ist das einfach nur ein Schlag ins Gesicht. Das finde ich wirklich ganz, ganz unangenehm, muss man hier ganz klar sagen. Also, ihr könnt das für euch gerne mal bewerten in den Kommentaren. Ja, gleichzeitig ist Wolfgang Schäuble auch mit dafür ja verantwortlich, vor der Zeit der AfD im Bundestag, dass er dafür gesorgt wurde, dass die AfD den Herrn Gauland nicht als Alterspräsidenten gestellt hat, sondern der Herr Wolfgang Schäuble es geworden ist. Denn da gab es ja eine Änderung, wie wir hier sehen können, 26.10.2021, Bundestagsnachrichten, ältester Abgeordneter soll Alterspräsident werden. Der älteste Abgeordnete, sprich vom Alter her, nicht von der Zugehörigkeit eigentlich im Bundestag. Und das hatte man damals seiner Zeit dann einfach mal schön geändert, insofern, dass es dann der Herr Schäuble geworden ist, weil er mehr Jahre dort auf dem Buckel hatte. Einfach nur eine fadenscheinige Vorgehensweise, wie ich persönlich finde, wirklich ganz, ganz traurig. Hier bei mitmischen.de beispielsweise konnte man das Ganze ja ebenfalls auch noch lesen, hier vom Bundestagschef zum Alterspräsidenten. Er war ja auch Bundestagspräsident, der Herr Schäuble, neben seinem Amt als Bundesfinanzminister, was er ja gemacht hat. Ihn hat ja oder er hat ja diese schwarze Null immer wieder sehr, sehr lange priorisiert, sage ich mal dazu. Und das fällt uns ja gerade auch auf die Füße, muss man natürlich fairerweise dazu sagen, dass das hinten bis vorne schwachsinnig war, zu einer Nullzinspolitik Zeit auf eine schwarze Null zu setzen, anstatt dann Schulden aufzunehmen, wenn es so günstig war wie noch nie zuvor, um dieses Geld dann sinnvoll in Deutschland zu investieren für Straßenbau, für Brücken, für Bildung etc. pp. Ja, das ist halt eine andere Vorgehensweise, als ich sie gemacht hätte. Aber, ganz interessant, was auch noch über die Jahre hinweg jetzt rausgekommen ist, beispielsweise im Dezember letzten Jahres, 2015 waren welche bei mir. Schäuble lehnte Putsch gegen Merkel ab. Wir stürzen nicht unseren eigenen Kanzler. Ja, und rückwirkend betrachtet, gerade 2015, vielleicht hätte man das besser mal gemacht, würden böse Zungen sagen. Man muss das ja als Chance sehen, wir kennen ja die Situation. Also von daher schon sehr, sehr krass, was damals in der Talkshow mit Markus Lanz besprochen wurde, hier über diese Pläne, die da innerhalb der Partei schon abgelaufen sind. Und man muss ja wirklich klar dazu sagen, Schäuble war ein absoluter Merkelianer, der aus diesem System natürlich auch seinen ganz klaren eigenen Vorteil gezogen hat und lange, lange im Amt war. Und dann sehen wir hier zum Beispiel, denn das Ganze sah ja vor fünf Jahren schon mal anders aus, auch im Dezember 2018 nämlich, Schäuble ist Merkel muss weg auf dem CDU-Parteitag. Da hat er sich ganz klar mit einer Wahlempfehlung für Friedrich Merz hingestellt. Oder aber auch Merkel nicht mehr unbestritten, hieß es im Oktober 2018. Union steht vor Erschütterungen. Ja, aber Frau Merkel war doch genau wie ihre Politik. Alternativlos. Alternativlos, nichts anderes. Wer sie kritisiert hat, hat große Probleme bekommen und alles. Das ist schon wirklich unfassbar. Aber es gab auch dieses Jahr dann noch das ein oder andere interessante Zitat von Wolfgang Schäuble. So zum Beispiel hier im Februar diesen Jahres. Merkel hat gelegentlich zu sehr nachgegeben. Oder Schäuble zählt Merkel nicht zu den großen deutschen Kanzlern. Warum hat man dann 2018, 2015 oder auch in den Jahren zuvor nicht schon daran festgehalten, irgendetwas gegen diese Kanzlerin zu machen, wenn man sich im November 2022 hinsetzt und zählt sie nicht zu den großen deutschen Kanzlern? Dann hätte man es verhindern können und hätte ja jemand anderen unterstützen können, in der Hoffnung, dass man da jemand anderen erzählt. Denn ich kann das alles nicht so ganz richtig einordnen. Einerseits spricht er sich so aus, andererseits gab es dann Äußerungen, die so waren. Hier zum Beispiel die pure Unterstützung zu Merkel werde ich nicht vergessen aus dem Jahr 2014. Merkel erfolgreicher als Napoleon. Gut, böse Zungen würden sagen, je nachdem, in welcher Art und Weise, in welcher Richtung könnte das sogar stimmen. Naja, gut, böse Zungen und so weiter. Also dementsprechend, ich bin mal gespannt, wie ihr den Herrn Schäuble einschätzt. Wie gesagt, über Verstorbene spricht man nicht schlecht oder ähnliches. Das war nur eine Zeitaufnahme bezüglich das, was er so über die letzten Jahre hinweg alleine gesagt und geleistet oder auch nicht hat. Ich möge seine Seele an der Stelle Ruhe finden und seine Nachfahren. Alles Gute für diese an dieser Stelle. Bis zum nächsten. Abonnieren nicht vergessen und ciao.